So meine Damen und Herren, ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf dem Minecraft-Server. Es legt gerade hier noch ein bisschen auf dem Kamera-Account, das ist aber gar nicht so schlimm, denn wir switchen gleich in die Ich-Perspektive zurück, beziehungsweise vielleicht bleiben wir auch im Kamera-Account, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt jetzt das Feuerwerk auf dem Minecraft-Server, einen Tag verspätet. Ich hoffe für euch, einen Tag verspätet und nicht gleich zwei. Mal sehen, ob ich das Video heute noch rauslaufen kann oder nicht. Ähm, hier hinten ist alles schon fertig gebaut, denke ich mal, ich werde den Kamera-Account jetzt irgendwie hier so abstellen. Und dann, äh, ja, schauen wir mal, dass wir ein schönes Feuerwerk hier auf dem Server hinbekommen. Wollen wir nicht auf Nacht warten? Dachte ich jetzt eigentlich auch. 3-4 Minuten Nacht. Aber dann haben wir Zombie-Probleme, ne? Äh, ich könnte ein paar Fuckeln aufstellen, ich hab noch 47. Diesmal keine Kerzen, Julia, aha. Es wird sowieso gleich Nacht. Ich stelle sonst mal irgendwo hier in der Gegend, aber mal ein paar Kerzen. Am besten überall Kerzen. Mhm. Mhm. Also wenn es jetzt richtig blöd läuft, dann werden wir alle sterben, weil hier Monster spawnen. Jemand kann auch gerne ein paar Fuckeln aufstellen, nicht nur ich. Erst nie in die andere Richtung. Wir haben keine. Ja, Mama. Erst nie, kommst du auch mal zurück? Ja, nee, ich wollte eigentlich hierbleiben. Deswegen hier schöner und sicherer. Gut. Kann losgehen. Schreib mal zu Leo, dass es noch geht. Ich switche kurz meine Aufnahme in den Kamera-Account. So. Niemand. Niemand. Ich bin schon. Ja. Okay, dann. Netz. Hm. Erst das gemacht. Mit ordentlich Diamanten. ja das ist schon nicht ohne kann man komplex aber gewaltig du nice gut gejabt ja ich hoffe das kreuerwerk gefallen jetzt mit einem tag verzögerung halt aber ich denke mal das ist in ordnung ja dann noch mal ein frohes neues jahr und der creeper da am fenster ist wirklich sehr amüsant ich würde sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dann macht's gut und ciao